dieses video geht zum thema schattenarbeit mein name ist patricia denner und ich bin hier um dich an dein wahres göttliches sein zu erinnern an deine wahre kraft die einem inneren schlummert ich sage dir wie du sie entdecken kannst wie du diese power umsetzen kannst dass dein leben im paradies auf erden wird ja und schattenarbeit ist mit sicherheit kein tool dass sich dahin bringt wo du hin willst es ist kein tool dass er sagt wer oder was du wirklich bist ja was ist denn schattenarbeit hatten aber geht davon aus dass du einen schatten hast dass du dunkles hast ja das ist alles eine bewertung die nicht deinem waren sein entspricht dein wahres sein ist reine göttliche liebe und perfektion dazu habe ich auch einen kurs auf meiner homepage my well feeling punkt com der heißt my magic und führt dich in dein wahres sein wenn wahres sein ist perfekt ist absolut perfekt und schattenlos also musst du diese schatten loslassen los werden das sind imaginäre dämonen imaginäre konstrukte die unsere menschlichkeit sich zusammengestellt hat um irgendwie zu erklären warum menschen irgendwo eingeschränkt sind irgendwo schlechter sind irgendwo zu bewerten sind entspricht aber komplett nicht der wahrheit wenn du die wahrheit deines seins herausfinden ist wenn du diese wahre göttlichkeit von dir erkennst dann erkennst du dass jeder schatten eine vorstellung ist eine vorstellung etwas was du dir vorstellst dein ganzes leben ist eine vorstellung dein ganzes leben besteht aus vorstellungen dein inneres wesen kreiert alles was du dir vorstellen kannst dein inneres wesen ein göttliches wesen eine göttliche perfektion oder dein unterbewusstsein alles was du dir vorstellst alles was du für wahr hält wird kreiert wird im außen reflektiert so warum solltest du dir also schatten kreieren warum solltest du dir eine persönlichkeit kreieren die schatten hat ich bin da auch gewesen auf meiner suche habe versucht schatten zu transformieren aber es ging nicht und warum weil solange ich mich als jemand identifiziert habe der schatten hat war ich jemand mit schatten und als ich kapiert habe dass es eine illusion ist dass es lügen sind die uns erklärt erzählt werden als wahr verkauft werden konnte ich einfach alles loslassen und die vorstellung die ich von mir habe ist frei ist rein ist göttlich ist göttliche liebe und da haben schatten keinen platz also hör auf die schatten zu kreieren du hast keine schatten und wenn du keine schatten hast musst du keine schatten bearbeiten das einzige was du bearbeiten muss ist deine vorstellung deine vorstellung dass deine vorstellung dem entspricht was wahr ist was wahres sein ist was göttliches sein ist was göttliche schöpferkraft ist die wir hier sind um zu verkörpern um zu finden und du bist nicht hier um schatten zu finden nur du bist einfach hier um zu erkennen dass der schatten nicht zu dir gehört sondern dass du der baum bist der vielleicht irgendeinen schatten hinterlässt aber dieser schatten ist auch nur dann sichtbar wenn die perspektive so eingenommen wird dass man schatten sieht am äquator gibt es keine schatten du stehst am äquator du bist perfekt du bist perfekte liebe du darfst dich so fühlen du darfst dich so verhalten und du darfst dir dein leben so vorstellen ja viele viele sachen die es gilt aufzuräumen es ist meine mission ich bin hier um dich zu befreien von allen schatten von allen falschen gedanken von allen falschen vorstellungen von allen falschen lügen die nur du in dir trägst ich freue mich riesig wenn dir dieses video gefallen hat bitte hinterlasse gerne ein thumbs up ein like gerne auch unbedingt einen kommentar einen input eine frage ich schaue mir immer die kommentare an und beantworte sie und wenn du es auf youtube siehst dieses video bitte abonniere meinen kanal es kommen immer wieder fast täglich neue videos neue inspirationen neue inputs neue wahrheiten die dich auf deinem weg zum paradies begleiten ich bin dein neuer favorite liebster divine creation coach unbedingt wenn du eine frau bist schau dir unser mastermind ich bin die frau die alles hat an es ist ein mega mega cooler inspirations pool wo du tools lernst wo du übungen machst wo du aufgaben bekommst und überhaupt keine andere wahl heißt als diese frau die alles hat in dir zu entdecken und aus dieser heraus zu leben alles liebe für dich bis bald und wenn dir mein video gefallen hat hinterlasse bitte einen daumen nach oben und abonniere meinen kanal falls du das noch nicht getan hast wenn du das glockensymbol aktiviert wirst du jedes mal über ein neues video von mir benachrichtigt bis bald 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 bis bald